Das ist der Foundry-Träger. Ich hab mich jetzt nicht komplett gedreht, aber ich muss vorne blicken auf den Kompost. Da wollen wir jetzt das Foundrys sehen. Oben am Blech. Das sind zwei. Was haben sie? Dann sind es wohl drei, ne? Geben wir mal davon aus. Eugierweise habe ich niemanden gesehen, aber ich komme mal bei euch mit rüber. Ja. Zwei sehe ich da bei meinem Ping. Einen ganz links, 270 Grad. Könnte ein anderes Team sein. Los, wollen wir das sehen. Links, ne? Ja. Ja. Noch einer hinter dem Ertikel da vorne. Ich muss wieder kassieren. Ich hab ihn. Dann looted ihn, damit er Sekunde bekommt. Ja, der hatte die Bounty. Cool. Schnell jetzt, sie kommt. Fenster, oder? Einer linksrum, einer linksrum jetzt hier. Ne, ist es nicht am Fenster, sondern unten unten drin. Hab ihn einer getroffen. Hab ihn. Schön. Ich muss mich heilen, aber wir müssen die Leiche sichern. Der andere ist immer noch Richtung 105, so. Der ist unterm Gebäude gewesen. Unterm Gebäude? Ja. Der hat die Bounty. Die hole ich mir. Irgendwo da. War das. Ja. 150 Grad. Von wo wir bleiben. Ja. Bei der Baustelle. Der ist gerade runtergefallen. Was hast du hier geworfen? Direkt neben mich. Jetzt die Axt. Jaaaah. Hast du'n'n'Gaxt? Ja, Bollo. Ja, Bollo. Roll. Was? Nichts zu sehen, übrigens. Hier. Da hat der Pfeil im Kopf. Guck den euch mal an. Oh. Oh. Der Pfeil im Kopf. Und im Kopf, oh, zwischen den Augen. Lass es mal an. Oh, Hammer. Sieht guter Treffer.